Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In der modernen Ernährung übernimmt Milch eine Schlüsselrolle. Sie leistet einen wesentlichen Beitrag an die Nährstoffversorgung und liefert fast alle lebensnotwendigen Nährstoffe in idealer Zusammensetzung. Schon rund ein halber Liter Milch pro Tag deckt ein Viertel vom Eiweissbedarf und sogar die Hälfte vom Bedarf an Kalzium. Ein Viertel vom Fettbedarf und ebenfalls die Hälfte vom Bedarf an Phosphor. Und wegen des hohen Wasseranteils ist die Milch zudem ein idealer Durstlöscher. Den unterschiedlichen Bedürfnissen entsprechend kommen Sie bei GOP mehrere Milchsorten rüber. Vollmilch, teilentramte Milch oder Milchtrink, Magermilch und jetzt noch ganz eine besondere Milch. Die Mommi meint... Milch ist schwamm! Trinkt Paschmilch vom Coop. Jetzt mitmachen beim grossen Mummiwettbewerb. Welche Mummi ist jetzt auf dem Coop Paschmilchpackungen? Wettbewerbskarte gibt es in jedem Coop-Laden. Sie haben bestimmt schon herausgefunden, welches das die richtige Mummi ist. Also unbedingt mitmachen am Wettbewerb. Und wenn Sie sich fragen, warum das Praline da neben mir steht, dann hat das drei Gründe. Erstens braucht es für die Jockeyherstellung natürlich viel Milch. Zweitens ist das Arni Praline Sortiment vollständig überarbeitet worden und verwöhnt mit einer Vielfalt von schmelzender Formen in hochstehender Konfiseurqualität auch höchste Ansprüche. Und drittens ist am nächsten Sonntag ja bekanntlich wieder Muttertag und wie ich finde, eine der schönsten Gelegenheiten mit der neuen Truppe Arni von Herzen wieder einmal Merci zu sagen. Der Galactina's Best Burger ist nicht nur eine vollwertige Mahlzeit aus rein biologischem Anbau, er ist auch vielseitiger in der Zubereitung, als man denkt. Der Galactina's Best Burger in feine Würfel schneiden, mit einer gehackten Sibbele und Knoblauch anbraten, mit einer Tomatensauce vermischen und der Familie ein gemütliches Spaghetti-Menü servieren. Galactina's Best Burger à la carte. Beide Galactina Burger, Primavera und mit Bio-M-Metaller, kommen Sie wie gewohnt bei uns in der Molkerei-Abteilung über. Arni Praline, das haben wir vorhin gerade gesehen, haben ein Facelifting bekommen. Und was Sie selber für Ihre persönliche Schönheitspflege brauchen, auch das kommen Sie bei Gop über. Vieles, was Spass macht, belastet Ihre Haut. Das muss man ihr aber nicht ansehen. Neu von Nivea Visage, vitalisierende Creme mit Nanosphären. Ihr Nanosphärenkomplex weckt die natürliche Energie Ihrer Haut. Für ein strahlendes Aussehen den ganzen Tag. Neu, vitalisierende Creme mit Nanosphären von Nivea Visage. Alle Produkte von Nivea Visage offerieren wir Ihnen zurzeit übrigens zum Aktionspreis. So wie viele andere interessante Angebote auch. Zum Beispiel das schöne Muttertagsbouquet. In unseren Läden kommen Sie es rüber für nur 13,90 €. Drei packige Goldstarr-Käsküchli gibt es für nur 6,40 €. Und diese Jogging-Schuhe kommen Sie rüber für ganze 25 Franken. Und hier noch der Gop-Preisabschlag. Die Lola-Milch-Shockey kostet von jetzt an nur noch 70 Krabben. Und auch im Gop-Restaurant wird dafür gesorgt, dass auswärts Essen auch weiterhin erschwinglich bleibt. Gefüllte Bouletschenkel Florentinerart mit Herdöpfelgratin und Sugetti offeriert Ihnen der Küchechef diese Woche für nur 9,90 €. Und das war bereits wieder eine kleine Übersicht von dem, was Sie diese Woche bei Gop erwartet. Ich hoffe, es hat auch für Sie wieder etwas dabei gehabt. Und wenn Sie am nächsten Mittwoch wieder einschalten, dann erfahren Sie unter anderem, was passiert, wenn Sie beim Gop-Fotoservice eine Bestellung aufgeben. Bis dann, einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Bis dann, einen schönen Abend und auf Wiedersehen.